Eine reale Fotoidee. Macht so ein Bild von euch und an der gleichen Stelle noch ein leeres. Macht das Bild von euch in die Epixart und geht auf Foto hinzufügen, um das leere hinzuzufügen. Dann oben aufs Radiergummi, um euch wieder hinzumalen. Bis auf euren Kopf, da macht ihr so eine Linie. Die füllen wir jetzt aus, indem wir auf Zeichnen gehen und hier so ein schwarzes Oval hinmalen. Dann noch eine Linie an die Hand und wieder das ursprüngliche Bild von euch hinzufügen. Geht auf Ausschnitt, um den Kopf auszuschneiden. Der kommt ans Ende von der Linie. Dann wieder auf Zeichnen, um so ein Kreuz hinzumalen. Jetzt nur noch auf Aufkleber, nach Rabe suchen, einen hinzufügen und that's it. Wie findet ihr das Ergebnis und folgt für mehr?